Nach Korea dachte ich, ich wäre durch. Aber Ions gab mir was, woran ich glauben konnte. Den Fuß in die Tür zu kriegen, ist Ions. Man muss beweisen, dass man dazugehört. Ich bekam meine erste Chance zwei Monate später. Vor etwas über zwölf Stunden wurde der nigerianische Premierminister Samuel Abidoyo entführt, als er am internationalen Technologie-Gipfel in Lagos teilnahm. Wir vermuten, dass die KVA dahinter steckt. Eine antiebliche Terrororganisation, gegründet von ehemaligen tschetschenischen Separatisten. Der Aufenthaltsort und die wahre Identität ihres Anführers, Codename Hades, sind unbekannt. Das Tatmotiv ist unklar, doch die Entführung fügt sich in eine Reihe von Aktionen der letzten Jahre ein, die der KVA zugeschrieben werden. Ihr Auftrag lautet, die Truppen der Gastgebernation unter Käpt'n Arjani zu verstärken und die sofortige Freilassung des Premiers zu erwirken. Diese Amateure denken, sie verstehen was von Geiselrettung. Wir zeigen ihnen, wie es geht. Beeil dich, Kleiner. Hey, eine Sekunde, ja, das... Das Sinking spinnt noch. Okay, gut. Ziemlich faszinierend. Verlieb dich nicht ins Spielzeug. Es geht an den Soldaten, der es benutzt. Gideon, meine Männer sind in Position. Wir starten auf Ihrem Befehl. Verstanden. In fünf geht's los. Ring uns ja nicht um, Kleiner. Alles klar. Du bist online. Flugdrohne aktiv. Schicke dir die Übertragung. Flugdrohne aktivieren. Jetzt ganz ruhig. Juhu. Näher an uns Zielgebäude. Alter, was ist denn hier von der Gaming-Party am Start? KVA-Einheiten. Südraum im ersten Stock. Flieg weiter. Konferenzraum direkt voraus. Na? Da ist der Premierminister. Boss, guck doch mal, wer bei ihm ist. Alles. Schalten wir ihn aus. Der Premier hat oberste Priorität. Geboren zum Sterben. Manche schuldig, manche unschuldig. Die Frage ist nur, wann und wie. Wir leben durch Gottes Gnade. Ihn zu töten bringt Ihnen gar nichts. Ganz im Gegenteil. What the f- Ei, ei, ei. Prophet, Sie haben meine Geißel umgebracht. Wir schlagen zu. Verstanden, Atlas 2-1. Abschussfreigabe erteilt. Alle Teams, Freigabe, Freigabe. Drei Minuten zur Linie Alpha. Die Zeit läuft. Wenn wir angreifen, töten Sie den Premierminister. Das tun Sie sowieso. Wir holen Ihnen Leben draus. Verbox nicht. Du, auch nicht Joker. Äh, warte. Nimm ich die. Okay, Jungs. Videoübertragung vom Kommando. Zeigen wir Ihnen, was Atlas kann. Die KVA hat diese Region schon viel zu lange terrorisiert. Es war Zeit für ein deutliches Zeichen. Ein Handschlag vom Premierminister und ich könnte die gesamte Region retten. Also holt den Leben draus. Stress frei. Stress? Was für Stress? Viel Glück. Oh Mann. Abgeschlossen. Mitchell, aufbrechen. Aber gerne doch. Party. Hört. Hört. Wir befinden Sie die Jünger mit Schrauben. Geben Sie auf. Meine Männer sind in Position. Niemand feuert ohne Befehl. Verstanden. Na los. Oh Mann, hier steigt gleich die dicke Party. Hoi, 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 hoi. Oh, ne? Oh, das tut ein bisschen weh. Geilste Karren, ey. Magnetgriff an. Die Wand hoch. Oh, geil. Oh. Klettern. Na denn. Mal. Los. Ja. Okay. So. Ja, sieht alles okay aus. Na. Ja. Gut. Hoch mit uns. Um das Fenster herum. Deine Handschuhe werden daran nicht haften. Oh. Ich fühle mich wie Spider-Man. Ich bin die flinke Spinne aus der Nachbarschaft. Oh, yeah. Sehr schön. Mitchell, Stummeladung bereit machen. Aber gerne doch. Und rauf damit. Woa. Geiselraum, 100 Meter. Hier entlang. Profit. Wir haben die Randgebäude gesichert und rücken sich zu dir vor. Verstanden. 2-1. Los. Okay. Gesichert. Sehen wir uns das an. Mitchell, Joker, ihr seid dran. Hier hast du. Was zum Teufel ist das? Ich weiß nicht. Aufmerkauf der Puls. Erfass die Biodichte durch so ziemlich jedes Material. Oh, ist ja nice. Alles klar, Mitchell. Du bist unser Auge. Die Aufklärung zeigt vier KVA-Mitglieder im Raum. Markiere sie. Da haben wir einen. Schalten Sie gemeinsam aus. Da haben wir einen. Und ein Zeichen, Mitchell. Ja, warte, warte, warte. Ich muss noch markieren hier. Warte, warte. Ist hier noch einer? Ich sehe keine Waffe bei ihm. Sicher, dass er feindlich ist? Äh, nee. Ziele markieren. Nee. Wir werden eine Geisel töten. Da ist keine. Scheiße. Ups. Da ist einer. Alles klar, Mitchell. Du bist unser Auge. Da ist einer. Die Aufklärung zeigt vier KVA-Mitglieder im Raum. Markiere sie. Na. Wir schalten sie gemeinsam aus. Auf dein Zeichen, Mitchell. Da ist auch einer. Feinde sind markiert. Okay, dann mal los. Auf dein Zeichen. Feuer. Sehr schön. Alle Ziele erledigt. Gute Arbeit. Keine Bewegung. Es sieht aus, als wäre er alles geflogen. Nicht unser Problem. Mitchell, sind wir gesichert. Ja. Gesichert. Ja. Alles okay. Die Technologen des Treffens. Die KVA wollte sie, nicht uns. Ajani. Äh, was? Meine Männer haben sie in einem Truck gesichtet. Farbe. Äh, welche Farbe? Weiß. Position. Wo? Sie verlassen die Innenstadt. Okay, Bewegung. Team Alpha sichert die Sichtverbindung. So. Hier sind sie sicher. Danke, Soldat. Okay, der Malos, Leute. Schnappen wir uns ihn. Schnappen wir uns sie. Schnappen wir uns alle. Klar. Zwei Heinz. Wir haben Verkehrsüberwachungsaufzeichnungen eines weißen Trucks auf der Independence Road südwestlich. Roger. Ganz ruhig, ganz ruhig. Wir gehören zu den Guten. Scheiß bei Russverkehr. Oh, Mann. Oh, Scheiße. Holy moly, moly, moly. Hab ihn. Ist down. War eine Granate. Moment. Ich war eine I. Ich war eine nur vor. Ha. Wow. Ich schlade nach. Fuck, Mann. Zweimal kurz. Overdrive aktiviert. Zeigelt mir das. Unterwegs. Scheiße. Habt nach. Ei, 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 ei. Intelligenz-Granate. Uuuuh. Ei, ei, ei. Intelligenz-Granate. Puh. Okay. Kann weitergehen. Alter, Jungs. Wir haben ein kleines Problem, würde ich mal sagen. Obwohl, der liegt ja nur noch, ne? Nein. Jetzt von der anderen Seite. Warte, ich war nie mal wieder. Mann, Mann, Mann. Die bemerken mich gar nicht irgendwie. Sehr schön. Die bemerken mich einfach gar nicht. Sehr schön. Ja, sehr schön. Sehr schön. Seh ich. Scheiße, ey. Overdrive activated. Motherfuckers. Hallo, hallo, hallo. Hallo. Ei, 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 ei. Ja, halt. Down. Nicht gut. Überhaupt nicht gut. Da ist die Fotze. Aua. Wo denn? Ach, fehl. Alter. Alle down? Scheinbar. Bäm. Alter. Alter. Wir können eine Abkürzung durch die Gassen nehmen. 2-1. Zieltruck ist in Bewegung. Halber Kilometer südlich. Hm? Oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann. Ach, du bist ein Kollege. Sorry. Ist da noch einer? Fuck, fuck, Mann. Alter, fucker. Hä? Meine Fresse. Ach, weißt du was? Schluckt einfach mal die Diligenzgranate hier wieder. Meine Fresse. Alle down. Schöne dich. Dem alle aus. Move, 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 ladies. Holy moly, 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 moly. Alter. Scheiße. Feindkontakt. Blah. Alter. Schaut sie aus. Weißt du was? Ich hab doch eine kleine Idee. Hm. Klappt nicht. Hallo. Hinter dir. Nop, nop, nop. Ei, ei, ei. Das Geschütz ist gepanzert. Wir müssen es flankieren. Bitschel, den Kampfwagen flankieren. Ja, ja. Ui, 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 ui. Alter, alter, alter. Puh. Ich werd beschossen. Keine Ahnung wem. Von den Kollegen, ja. Alter. Fuck, fuck. Ah, okay, du bist Kollege. Gut. War man nicht so näher. Ohne Kacke, ey. Weißt du was? Hier, schlück einfach mal das hier. Ui. Nicht gut. Nein. Ich hab ihn. Der ist hin. Zieltruck biegt nach Westen auf den Liberty Highway ab. 500 Meter. Wir sind gleich hart. Hierdurch. Wir müssen über diese Mauer. Ja, warte mal kurz. Ich brauche Munition. Ja. Passt schon. Ah, wieder klettern. Das mache ich doch gerne. So. Und ab nach oben mit uns. Yeah. Ei, ei, ei. Über die Straße. Tö. Das sagst du so einfach. Mann, Mann, Mann. Der war da gleich. Wie denn? Ohne Boost. Über die Straße. Wie denn? Ja, es muss ja jetzt gehen. Hui. Alter. Da wartet du aber. Ja, ey. Mann, Mann, Mann. Granate. Alter, hast du eine Platte im Sprung? Ja, was? Was ist mit dir verkehrt? Ja, warte, 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 warte. Über die Straße. Alter. Hui. Hui. Ha. So, bin auf die andere Straße. Bla. Die Truck nähert sich der Position. Nein, nochmal. Mitchell, zu mir. Wieder zurück, oder was? Ne, doch nicht. Hallo? Ich sehe ihn. Tammt. Keine freie Schussbahn. Scheiß drauf. Bringen wir es hinter uns. Dann mal los. Yeah. Oh. 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 Hui. Hui. Schalte die Geländewagen aus. Ich versuch's. Zeitwachen zum Springen. Feuer. Boah. Scheiße, ey. Ich wollte Intelligenzgranate für dich. Ich habe Sichtkontakt zu dir verloren. Okay. Klappt nicht. Organisier dir einen fahrbaren Untersatz und folge mir. Fuck, ey. Oh yeah. Das gefällt mir. Sehr, sehr sexy. Rüber mit dir, Kollege. Yeah. Scheiße, scheiße. Scheiße, scheiße. Hey. Ich bräuch mal deine Hilfe vielleicht. Wäre sehr gut. Alter. Geh halt down. Fuck, Mann. Oh. Oh. Alter. Hey. Du da oben. Hallo. Hallo. Ah. So. Willst du was? Auf der Kasse her. Na du. Halt. Schau bei dir. War ein Abflug. Ah. Ja. Und wieder zurück. Ja. Wow. Da bin ich schon wieder, Kollege. Och ne. Doch nicht noch ein Heli. Oh, schon Teufel. Ich balle alle drauf. Ach so. Moment. Ich komme. Bin da. Na, na, na. Huh. Uiuiui. Das war knapp. Jetzt springen. Ja. Oh. Springen. Oh, nochmal springen. Ja. Warte. Huh. Huh. Ne, oh, Leif. Ich balle alle teilt mich fertig. Huh. 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 Na, hier. Alle klappern euch. Hedda. Und Hedda. Jawoll. Ja. Na. Huh. 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 Na. Na. Komm. Runter. Mit dir. Ja. Na. Mach den Scheiß auf. Ah. Na. Haus mit dir. So. Und wieder nach oben. Komm schon. Das schaffste. Schneller. Go. Schneller. Vielleicht ein bisschen schneller. Wäre schön. Hallo. Alter. Huh. Oh. Ja. Nicht schlafen. Es ist erst vorbei, wenn ich es sage. Bitte sag mir, dass er am Leben ist. Ganz locker. Er atmet. Noch. Was wollen die überhaupt mit dem Typen? Keine Ahnung. Interessiert mich auch nicht. Das geht nur das Hauptquartier an. Bist du zufrieden, Adjani? Du hast gehalten, was du versprochen hast. Heute gebe ich einen aus. Gar nicht übel, Mitchell. wir können wir mal so denn es gehen wir mal und zwar würde ich sagen wir skillen schnelle zielen auf jeden fall ja klar und jetzt ist die frage nachladen oder schnelles ziel ich entscheide ich glaube ich mal eher für nachladen nach landes war gut ein bisschen schneller nachzuladen erhalten vorrat keine ahnung hier steht nichts von vorrat ich weiß nicht was er jetzt damit auf jeden fall nächste mission los geht's